Es gibt immer viele Gründe, zum Gobe zu kommen. Morgen gibt es wieder ein paar neue. In Feld und Wald gehen Bild suchen, ist bestimmt ein Glatz-Hobby. Einfacher und sicherer ist es allerdings, wenn Sie die aromatischen Champignons bei Gobe holen. In einem alten Bergwerk werden sie unter natürlichen Bedingungen gezüchtet und sind jeden Tag ganz frisch verfügbar. Für eine leichte Vorspeisse, einen gesunden Salat oder als abwechslungsreiche Beilage zu Reis- oder Teigwaren. Der Deo Vapo ohne Triebgas ist besonders ausgiebig. Mit seinem herbfrischen Duft sorgt er für eine sympathische Frische und heute vielleicht sogar für einen Gewinn im Markenspiel. Gold Star Glace ist die ideale Grundlage für fantasievolle Desserträume. Darum sind alle 400 Gramm Packungen morgen bei Gobe 70 Kg günstiger. Also, bis morgen bei uns!